Jetzt erhebt Valentina ganz gefährliche Vorwürfe gegen ihren Ex-Freund Can. Außerdem liefert sie gleich mehrere Beweisfotos, wie er sie geschlagen haben soll. Die Trennung von Valentina und Can ist erst der Anfang und plötzlich sind alle Augen auf die beiden gerichtet. Lange genug haben sie gegen andere Influencer gefeuert. Besonders die blonde Influencerin teilt aus gegen ihre TV-Kollegen und bekommt einiges jetzt zu spüren. Viele von ihnen sind schadenfroh, dass es zur Trennung kommt und dass Can auspackt. Allerdings muss man bei diesem Vorwurf erst einmal schlucken, denn sie behauptet, dass der Hobbyboxer nicht nur im Ring gegen andere Influencer kämpft, sondern auch mal handgreiflich zu Hause wird. Mehrere Fotos werden jetzt geleakt, auf denen Valentina mit blauen Flecken rumläuft oder aufgeplatzte Lippen. Außerdem ist ihr Rücken teilweise knallrot oder auch die Arme. Sie betont, dass sie blind vor Liebe war und eigentlich schon längst hätte Schluss machen müssen. Nun will sie nie wieder was mit ihm zu tun haben. Das war's für immer. Ein Statement von ihm zu diesem Vorwurf gibt es noch nicht.